Bei Herzkreislauf und Schlupfbeschwerde, Atemnot und Kopfgefühl und weißlich-gelben Zonenbelag. Bei Depression und Impotenz, körperlicher Fassilität und plötzlich im anderen Rand. Therapie! Therapie! Bei Pheumatoiden, Gliederschmerzen, Lähmungen im Lymphsystem, bei Bränen und Stechen im Herz. Therapie! Therapie! Dreimal sieben Tropfen am Tag, aber nicht auf alle ist. Auch gerne mehr, wenn man es vertragen kann, aber nicht auf alle ist. Bei Grundruf ersetzt du in einer Erinnerung, Stoffstoffen und Aufruf, bei chronischer Parästhesie. Bei Herpes und Surunkulose, Speichelfluss und Heimatrei und allgemein im Elendsgastel. Dreimal sieben Tropfen am Tag, aber nicht auf alle ist. Und mehr, wenn man es vertragen kann, aber nicht auf alle ist. Bei immer wieder rackierendem Wurmbefall und Schleimbildungen vor. Spastischem Zustand, der Schluckmuskulatur und dem Augenmuskelkern. Drei Mal sieben Tropfen am Tag, aber nicht auf alle ist. Und gerne mehr, wenn man es vertragen kann, aber nicht auf alle ist. Therapie! 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 Therapie!